Ahhhhhhh, Pieson, Jason, Tio, Tio, Morte, Tutto viene di sangue, Tio, get paula, Pietro, Pietro! Mrs. Fanz, Skyler, bei Ihnen hingegen, da sieht die Faktenlage etwas anders aus. Also das Spannende ist die wechselnde Stimmungen, die Befindlichkeiten von Poirot zu spielen. Haben Sie von diesem Mord schon gehört? Selbstverständlich, Mord, 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 jeden Mord ist ein Drama wert. Ach, Mrs. Autoborn, gehen Sie doch bitte wieder Ihre Kabine zurück, halten Sie sich zur Verfügung, wir rufen Ihnen, wenn wir Sie brauchen. Selbstverständlich, Monsieur Poirot, ein Mann, ein Wort, eine Frau, ein Versprechen. Also die Salome, das ist eine Schriftstellerin, erotischer Literatur, ganz besonderes, zu dieser Zeit, 20 Jahre, muss man sich vorstellen. Und die mischt natürlich die ganze Gesellschaft um, durch ihr Auftreten, durch ihr exzentrischen Benin. Wow, das Schiff ist echt riesig, so groß habe ich mir das gar nicht vorgestellt. Jackie? Echt schön hier! Jackie, ich fasse es nicht! Persönlich finde ich, dass es so ein bisschen Quentin Tarantino auf der Bühne ist, weil es sind unheimlich viele Handlungsstränge gleichzeitig, was das Stück auch sehr lebendig und sehr spannend macht. Also es ist viel von einem Krimi dabei, aber auch natürlich eine Liebesgeschichte, viel sein. Also das Besondere ist schon mal, dass wir unser 20-jähriges Jubiläum feiern. Das ist natürlich immer ein Grund zum Feiern. Und dass wir dann mal mit einem grossen Ensemble, mit einem über fast 30 Leuten, die da mitwirken, die Produktion in Angriff nehmen können. Schau mal, den Nil. Ich kann gar keinen Krokodil sehen. Was willst du mit einem Krokodil? Das ist ja mein. Nein!